Hallo zusammen! Hier meldet sich die HUT-Gemeinschaft. Hier ist die durchgeknallte Country-Community. Bei uns gibt es alles zum Thema Natur. Über Fliederbären, Fuchsbauten oder auch Feldahorn. Also alles, was das Country-Herz begehrt. Und ich habe mir jetzt hier gerade mal so eine kleine Räuchermischung gemacht und mir ein Zelt gebaut in der Natur. Denn ich hoffe, dass die Energie jetzt mal so richtig fließen. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Ich bin Martha Harig und ich suche Mitbewohner, damit wir hier gemeinsam in der HUT-Gemeinschaft leben können und uns allen schönen Naturthemen widmen können. Jetzt habe ich die Bewerbung vorliegen von einer Dame. Da fließen die Energien nur so dahin. Ein Mensch aus der Ewigkeit. Ein Mensch, der euch auf dem Weg in die Ewigkeit helfen möchte. Ich bin Reinkarnationstherapeutin. Und ich erspüre die Energien um mich herum. Ich wünsche mir einen Platz in der Natur. Ich wünsche mir einen Platz in der HUT-Gemeinschaft. Und ich bringe meine energetischen Helfer mit. Bonifazia und Lao Tse. Vielen Dank für diese interessante Bewerbung. Ich möchte euch auch das nächste Video ansehen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich will noch mal eben sehen, was meine Kräutermischung macht hier. Oh, das räuchert aber ordentlich vor sich hin. Guckt euch das an. Ihr könnt uns gerne abonnieren und ihr könnt uns gerne ein paar Kommentare unter die Videos schreiben. Ich drücke euch, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüss, eure Martha.